Maschinenbau. Was ist Maschinenbau? Egal, ob wir an einen Stabmixer denken, einen Akkuschrauber oder an die Filmpacker, die uns beim Wort Maschinenbau in den Sinn kommen. Maschinen umgeben uns tagtäglich. Frühmorgen in Form einer Kaffeemaschine, unterwegs auf dem Rad oder Moped, über Helferlein wie Saftpressen oder Motorsägen bis hin zur elektrischen Zahnbürste am Abend. Viele unscheinbare Gegenstände, die uns das Leben erleichtern, sind das Ergebnis der Arbeit des Maschinenbauers, der Maschinenbauerin. Ausgehend von einer konkreten Problemstellung werden Lösungsansätze gefunden, Produkte geplant, konserviert und gefertigt. Durch die zunehmende Automatisierung steigt auch der Bedarf an entsprechenden Maschinen und Anlagen, die immer wieder den neuen Anforderungen gerecht werden müssen. Kreative Ideen werden in Versuchen erprobt, mithilfe modernen Software konstruiert und anschließend gebaut. Zur Fertigung werden neben Dreh-, Fräs- und Schleifmaschinen eine Vielzahl weiterer Technologien, wie zum Beispiel additive Fertigungsverfahren, eingesetzt. Dabei stehen der Maschinenbauerin eine Unmenge an verschiedenen Werkstoffen bereit, die keineswegs auf Metall beschränkt sind. So gelingt es uns, auch Ihr Leben zu erleichtern. Sie müssen nur genau hinsehen. Maschinenbau ist überall.